Musik 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 Wir sind zu BF Gaming, Solanta hier mit der Bekanntgabe der ersten Spieltage, beziehungsweise den Leuten, die überhaupt mitmachen. Und auch außerdem mit dem Regelwerk, wir haben natürlich die Regeln, beziehungsweise ich habe die Regeln mit den einzelnen Spielern individuell nochmal überarbeitet. Und jedenfalls die, die etwas ändern wollten. Und genau, dann fangen wir doch erstmal an mit den Spielern, die überhaupt dabei sind. Dabei sind, genau, wieder die Tüte, der Pharox, der 10D ist dabei, der Satsuma Buch 89, äh, 89, ne, 89, mein Fehler, ist auch wieder dabei. Was heißt auch wieder dabei? Ist mit dabei. Und der Chaos Reaper ist dabei, der Elelord ist dabei und dazu mal kurz was. Die beiden sind neu, die haben sich, ja, mit dem Chaos Reaper zusammengetan, sag ich mal. Und sich dann mit mir zusammengetan, haben gefragt, ey, können wir mitmachen, wollt ihr mitmachen? Da habe ich gesagt, ja. Genau, und deswegen sind die auch dabei. Der Jatrix ist dabei, wer ihn noch kennt. Der Easy Rider ist wieder dabei und der Mr. Vartix ist dabei. Und natürlich, last but not least, der Titelverteidiger, Solanta in Klammern, ich. Genau, wir hätten dann hier den Spielplan, der sieht wie folgt aus. Das hier sitzt der erste Spieltag und da, äh, ja, ich lese die jetzt nicht vor, ihr könnt euch das ja selber angucken. Ähm, nur damit ihr es wisst, ich werde jetzt hier einmal ganz kurz durchscrollen, damit ihr die Spieltage seht. Falls euch nämlich, äh, interessiert, wer wann gegen wen genau spielt, dann könnt ihr das jetzt hier gucken. Ich scrolle hier gerade einmal eben durch, bis zur, ähm, ja, bis zum Anfang der Rückrunde, das ist, äh, jetzt meine ich der Fall, genau. Jetzt habt ihr alle einmal gesehen, wie das Ganze abläuft und, äh, genau, wir verlieren keine Zeit und gehen direkt weiter zur, äh, zu dem Regelwerk der BFL. Und zwar, ähm, genau, ist das, ihr seht, schon ein wenig überarbeitet worden. Ihr habt hier, äh, Regelwerk, wir haben die Straf, wir haben das Kartensystem und wir haben den Video Assistant Referee. Ähm, genau. Ganz kurz für die, die neu dabei sind, das geht an, äh, den Elle vor allem und hier an ihn. Ähm, es ist so, dass es, äh, zwei Hälften gibt. Das bedeutet, wir haben eine Hälfte, da spielt ihr Dunkle, eine, da spielt ihr Helle. Und, äh, dementsprechend muss in der ersten Runde einer Halbzeit ein Lichtschwertheld genommen werden. Das heißt, in der allerersten Runde, ähm, wenn ihr helle Seite spielt oder Dunkle, muss, äh, ein, muss ein Lichtschwertheld genommen werden. In der zweiten muss ein Blastheld genommen werden. Und neu in der dritten muss ein Droide genommen werden, denn auch die Droiden sind Helden. Und, äh, ganz kurz, das geht vor allem an den lieben, äh, 10D. Der Imperator ist natürlich weder Lichtschwertheld noch Blastheld und um Gottes Willen auch kein Droide, nur damit ihr da Bescheid wisst. Das heißt, der darf erst ab einem Spielstand von 2 zu 1 praktisch genommen werden, sobald es in die vierte Runde geht. Genau. Wenn dann die erste Runde eben vorbei ist, die steht zum Beispiel 3 zu 2, dann geht es in die zweite Runde. Wenn ihr gerade Dunkle wart, seid ihr jetzt helle Seite. Dann soll Anton, der zweite Offizieller, müssen als Schiedsrichter anwesend sein. Ja, ganz klassisch. Ähm, bei einem Unentschieden in der ersten Runde muss wieder entweder Lichtschwertblastheld oder Droide genommen werden. Beim Unentschieden in der, äh, vierten Runde ist es einem frei überlassen. Das bedeutet, nehmt ihr in der ersten Runde Vader gegen Anakin und es geht unentschieden aus, müsst ihr wieder Vader, Anakin nehmen. Steht es, ähm, Unentschieden zwischen Han und Bosk, spielt ihr wieder Han und Bosk, steht es Unentschieden zwischen BB8 und BB9e, spielt ihr BB8 und BB9e. Genau. Dann hier, ähm, bei einem 3 zu 2 oder 2 zu 3, in beiden Halbzeiten wird dies zu einem 5 zu 5 addiert und gilt somit als Unentschieden. Unentschieden gibt in der Liga natürlich einen Punkt, Sieg drei Punkte und Niederlage eben keinen Punkt. Dann, fünftens, bei einem Duschi-A verursachten Sieg-Bug wird die Runde nicht gewertet und muss mit genau denselben Helden wiederholt werden. Das bedeutet, ähm, wenn ihr, warum auch immer, Sieg aus Versehen, äh, kriegt, obwohl eigentlich unentschieden war, muss die Hände, die Runde mit denselben Helden nochmal wiederholt werden. Dann, sechstens, bei einem spielentscheidenden Bug wird die Runde nicht gewertet, wenn ein Beweis und natürlich das Anliegen des Betroffenen vorliegt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, ihr hattet ihn im Würgelgriff, also, er war in der Animation und alles, aber er war es irgendwie doch nicht, dann müsst ihr das clippen, also, ähm, Xbox-Button drücken und dann X und dann müsst ihr mir als Schiedsrichter oder eben dem anderen Schiedsrichter diesen Clip schicken und die Schiedsrichter entscheiden dann eben, wie das ist, ob, ähm, das Spiel entscheidend war oder nicht und dementsprechend geht's dann weiter. Entweder wird die Runde dann wiederholt oder, wenn es halt nicht spielentscheidend war laut den Schiedsrichtern, dann, ähm, wird die halt so gewertet. Siebtens, hängt ein Gegner in einer Animation fest, so hat der Gegner ihn, wenn möglich, zu befreien, ansonsten zählt die Runde aufgrund des Nicht-Befreien für ihn als verloren, das bedeutet halt ganz normal, ähm, ja, Anakin hängt in seiner Ulti fest, dann müsst ihr als, äh, Gegenspieler ihn versuchen zu befreien, mit einer Machtfähigkeit zum Beispiel. Achtens, beim Missachten einer Regel oder im Falle eines Täuschungsversuches wird das Match mit 0 zu 6 Niederlage und somit mit 0 Punkten gewertet, das heißt, Täuschungsversuch ist sowas wie Spielmanipulation, Schiedsrichter-Beeinflussung oder Bug-Using und dann, äh, ja, da, ne, das ist nicht das Niveau der Liga und das wird auch direkt geahndet. Neuntens, habt Spaß natürlich. Dann hier nochmal das Sternchen, das war hier oben, Spielentscheidenden Bug, das habe ich aber schon erklärt, ähm, dass die Schiedsrichter das entscheiden, auch mithilfe des Video Assistant Referee, das ist eben, ähm, dieses Klippen, äh, ob und oder, äh, inwiefern der Bug-Spielentscheidend war, wie gesagt, und wenn es zu lange Proteste gibt, kann der Schiedsrichter-Gespann natürlich Strafen erteilen. Die Schiedsrichter, die mit mir, ähm, eben das Spiel leiten, müssen aber mindestens 60 Tage Spielzeit haben, um als Schiedsrichter anwesend sein zu dürfen. Das ist einfach so. Es gibt auch mal Ausnahmen meinetwegen bei 50, aber das geht anders nicht. Das geht wirklich nicht. Das wollte ich nicht. Äh, genau. Dann absichtliches Bug-Using wird bestraft, ganz logisch. Elftens, die Spieler haben die Schiedsrichter bzw. deren Entscheidungen nicht zu beeinflussen oder Entscheidungen zu fordern, das heißt, ihr dürft nicht sagen, wenn ihr meint, äh, ihr, ja, das war ein Bug, dann dürft ihr nicht sagen, ey, leg doch mal einen Bereich in der Map fest oder was weiß ich was, wo wir kämpfen, wenn er nur im Camp ist, dürft ihr nicht machen. Dies kann nämlich als Täuschungsversuch gesehen werden und zufolge mit einer gelben oder roten Karte bestraft werden. Ja, die gelben und roten Karten besprechen wir gleich noch im Kartensystem. Zwölftens, bei offensichtlichem Zeitspiel kann der Schiedsrichter einen festen Bereich der Map zum Kampf festlegen. Das bedeutet, wenn ein gewisser Herr meint, an seinem Spawn zu campen, was er sowieso nicht darf, komme ich gleich noch zu, dann darf der Schiedsrichter sagen, so, ihr kämpft jetzt zum Beispiel auf Bespin nur drin, nur bei den Fahrstühlen. Kann er machen. Dreizehntens, logisch, Rage quittet ein Gegner, so verliert er mit 6 zu 0. Oder eben, ja, ja. Äh, genau. Vierzehntens, alle drei Runden muss der Held gewechselt werden. Dies gilt zur Veränderung von Unentschieden. Das heißt, ähm, wenn es jetzt, äh, es steht 2 zu 0 und in der dritten Runde spielt die ganze Zeit Anakin gegen Vader, das geht nicht. Ihr müsst jede dritte Runde den Held wechseln. Und mit jede dritte Runde meine ich nicht nach der dritten Runde, sondern in der dritten Runde. So. Dann kommen wir hier zu dem Spawn. Der Spawn muss direkt mit dem Startsignal verlassen werden. Dies dient zur Veränderung von Campen. Eben genau das, wenn man zum Beispiel auf, ähm, Kashyyyk spielt, damit nicht der Luke meint, an seinem Spawn campen zu müssen, auch runterschubsen, ne. Genau. Und sechzehntens, ein Match beginnt erst mit dem Startsignal, beziehungsweise dem Tod der Umparteichen. Das heißt, wenn jetzt natürlich hier 2 Kontrahenten gegeneinander spielen und der Chaos Reaper und ich zum Beispiel Schiedsrichter sind, geht das Spiel erst los, sobald der Chaos Reaper und ich tot sind und ich dann sage, jo, Spiel beginnt. Dann die Strafen. Täuschungsversuch eben 0 zu 6 und 0 Punkte. Dann bei mehrfacher absichtlicher Beleidigung eines Schiris kann das Match abgebrochen werden. Ähm, hierbei entscheidet der Spielstand immer zugunsten des anderen Spielers. Das ist, glaube ich, recht einleuchtend, da muss ich nicht viel zu sagen. Dann hier. Sollte eine Schiedsrichterentscheidung zu zu langen Protesten führen, darf der Sherry nach einer mündlichen Ermahnung eine Fairwarnung im Sinne der gelben Karte geben. Wie gesagt, Kartensystemen kommen wir hier gleich zu. Absichtliches Bug-Using wird mit einer gelben Karte bestraft, wird es mehrmals vorkommen natürlich mit einer roten. Ebenso die Nutzung von Glitch-Spots. Dann das Kartensystem. Gelbe Karte. Die gelbe Karte bedeutet praktisch, dass ihr den Abzug einer gewonnenen Runde in der Sieg-Niederlage-Differenz kriegt. Die Sieg-Niederlage-Differenz kann ich euch hier mal kurz zeigen. Das ist die hier. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Spiel 6 zu 1 gewonnen habt, dann steht hier 6 und hier eine 1, dann kriegt ihr aber, wenn ihr eine gelbe Karte habt, kriegt ihr hier einen ab. Dann habt ihr nämlich nur noch ein 5-1 und dann geht die Differenz eben 1 nach unten. Und das kann spielentscheidend, beziehungsweise titelentscheidend werden. Das glaubt mir. Rote Karte bedeutet ein ganzer Punktabzug in der Tabelle. Das heißt, wenn ihr das Spiel gewonnen habt, habt 3 Punkte, dann habt ihr jetzt hier nur noch 2, wenn ihr eine rote Karte habt. Und wenn ihr 2 rote, also direkt mit der zweiten rote und danach jede rote Karte nochmal kommt, kriegt ihr sogar ganze 3 Punkteabzug. Genau. Dann noch, last but not least, der Video Assistant Referee. Das bedeutet, in Echtzeit nach einem Match oder nach Einigung zwischen der Runde, während einer Pause, vom Schiedsrichterspann überprüft. Das bedeutet, wenn ein, äh, ja, wenn ein Protest vorliegt, dass hier ein Bug war, dann wird das in Echtzeit direkt geprüft. Nicht nach dem Match, sondern, also was heißt nicht nach dem Match, es steht nach einem Match. Also ich meine nicht, wenn die Aufnahme vorbei ist und gesagt wird, ja, ist gewonnen, sondern direkt noch während die Aufnahme läuft. So ist das gemeint. Genau, das Bildmaterial, was zu Entscheidungen geführt hat, muss natürlich für den, für den Zuschauer sichtbar sein. Das heißt, wird im Video eingeblendet. Und, ähm, die Schiedsrichter sind und bleiben natürlich neutral. Die Entscheidungen werden natürlich respektiert. Wie gesagt, wenn es zu zu langen Protesten kommt, habe ich ja eben hier was gesagt. Genau. Das ist so der Stand der Dinge. Natürlich, Regeln können jederzeit mit einer demokratischen Übereinstimmung hinzugefügt, jedoch bereits existierende Regeln nicht geändert werden. Alles, was hier steht, bleibt genauso, wie es hier ist. Wenn es natürlich, ähm, zu einem, zu einer weiteren Regel kommen soll, muss, ähm, die BFL, also müssen die BFL-Mitglieder alle zustimmen, beziehungsweise nicht alle, sondern zu einer demokratischen Übereinstimmung kommen. Genau. Das ist dann noch hier meine, in Anführungszeichen, digitale Unterschrift mit dem Datum, äh, mit dem Erstelldatum der Regeln. Und, äh, genau. So sieht's aus. Wenn ihr noch Fragen habt zu einer gewissen Regel oder, falls ihr generell noch irgendwie Fragen habt zu BFL, wie es abläuft, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar. Ansonsten, falls ihr BFL-Mitglied seid und noch eine Frage habt, könnt ihr, äh, euch auch gerne über WhatsApp bei mir melden oder über Xbox. Ihr, äh, ihr seht mich ja immer. Und, äh, ansonsten war's das jetzt. Wie gesagt, so sieht's hier dann aus. Und, äh, freut ihr euch auf die BFL? Könnt ihr mir auch gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, es ist jetzt eher so ein formales Video gewesen, aber es muss halt sein, damit das Ganze funktioniert. Und, äh, ich erwarte auch von jedem Einzelnen in der Liga, dass dieses Video angeguckt wird. Ähm, weil es halt einfach ein Muss ist, sonst kann man halt nicht mitspielen. Weil ich werde in der BFL nicht die ganze Zeit sagen, nimm den, nimm Blaseh-Held, nimm Lichtschwert-Held, nimm Droide. Das werde ich nicht machen. Wenn du dann den Fall schon hast, dann das mehrmals hast, dann kriegst du halt auch mal einen Minuspunkt. Das ist einfach so. Also, das kann nämlich als Täuschungsversuch gesehen werden. Genau. Aber, ähm, ich denke, wir kriegen das alle hin. Wie gesagt, ich freu mich drauf. Ich freu mich, ähm, ja, auch auf jeden mal, äh, gegeneinander zu spielen natürlich. Besonders natürlich gegen den CND und gegen den Jardricks. Es wird amüsant. Äh, genau. Und ansonsten, genau, freu ich mich auf die Liga. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Also, die Zuschauer natürlich auch, die Mitglieder. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht was draus. Und in dem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Au da rein. Und ciao. Leute. Musik